Hallo Leute! Moin! Okay, wir kommen zurück zu... Wieso zurück? What the fuck? Was das für eine Welt... Nein, wir kommen zurück... Wieso sag ich schon wieder zurück? Mach du den Anfang! Hallo meine Lieben! Willkommen zu unserem neuen Projekt Das heißt Minecraft, wie heißt das nochmal? Sky Grid! Sky Grid! Danke! Und zwar, ja das machen wir jetzt Und ihr guckt euch das an Und dann klickt ihr auf den Like Button hinterher Und auf Abonnieren Alter! Halt die Fress! Dann war das So, dann fangen wir mal an Ja, warte Ja, warte Noch einmal timesetten Will ich denn anfangen und so Und es laggt Da... 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 Ähm... Springst du gerade? Nee, du, doch Ja Ich kann die Timely setten. Tja. Tragisch. Ich hole mir schon mal die Kiste da unten. Hau rein! Okay, in dieser Map geht's darum, den Enderdrachen zu besiegen. Vollschwert, Eisenbein... Nein! Leck mich! Erschaffe Magenmaschlein... Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Und ne Uhr! Wo bin ich gespawnt? Gar nicht. Doch, aber... Oh, ich bin auch untergefallen. Sauber. Spawnt du denn? Nö. Ach, ich hab's grad gesehen. Ich spawne hier mal in der Luft. Was soll ich von so machen? Ich hab schon mal einen Kürbis für den Schneemann. Ja, und was soll ich jetzt machen hier? Warten, bis du richtig spawnst. Mhm. Ja, wir zocken noch auf Hamachi-Server deswegen. Weißt du, das Let's Play hat irgendwie so'n 10 Anfang. Oder das TNT erst mal ausnutzt. Ach, da bist du. Ich bin hinter dir. Hallo! Ist er wirklich? Ja, guck mal hinter dir. Ja, komm mal runter. Warte. Was ist passiert? Was ist grad passiert? Ach so, also du stirbst gerade. Ah, ich lebe irgendwo. Ah, ich lebe irgendwo. Warum wiederhole ich, was du grad gesagt hast? Schreib's in die Kommentare. Haha. Schreib's in die Kommentare. Haha. Ich glaub das ist jetzt dick. Scheiß drauf, Alter. Ich werd nur Subscriber. Erstmal irgendwas sammeln, also Holz am besten. Mhm. Und dann brauchen wir irgendwo irgendwo einen Wasseraufzug. Also das Ziel der Map ist halt den Enderdrachen zu besiegen. Und... Ich bin aber das Haus hier. Hier zu überleben ist jetzt nicht so leicht. Wie man schon sieht. Oh, ich hab nen Kürbis. Äh. Echt nicht. Ich bin nicht stylish. Ich suche grad erstes Kisten. Ich hab schon so ne Steinachs. Äh ne Holzachs. Ne äh. Ja doch. Ne äh. Wie finden wir uns das eigentlich wieder? Ich versteh das jetzt nicht noch. Nicht so. Koordinaten. 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 Noten. Ich brauche die Koordinaten. Ich brauche die Koordin... Noten. 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 Ich mach erstmal hier... Und ich bin nicht drunter gefallen. Wurde Wunder. Wo ist das? Sie haben wir sieben Wassermelon und das ist auch schon mal geil. Ja. Ich mach mal die Wolken aus wenn ich das finde. Äh. Klaus. Kann man... Kann man... Kann man Melonen Milch essen? Doch. Aber erst mal Hunger. Ach ja ich hab ja noch kein Hunger... Ach ja ich hab ja noch kein Hunger... Ich hab auch meine HP-Anteil geguckt und da dachte ich... Ich muss unbedingt was essen. Aber da war ich halt nur im Sterben. Ich hab ja kein Hunger. War noch im Sterben. Wo ist das? Da schliebt man sich nicht mal ein... So einen Hotdog rein wenn man an der Marmdkern ist oder eine Melonen. Boah nice! Warten. Ich hab ne Riese gefunden schon seit 52 Kudelstone. Boah. Ich hab ja schon mal eine Plattformbau. Ich hab' runtergefallen. Das war auch cool. Aber ich hab' nicht gesagt. Neh ne. Nö. Ne. ich habe nur Angst wenn jetzt die ganze Burg schützt worden was ist denn dann gibt es da irgendwie in die Technik wie man die kaputt kriegt die Stamptschutz und dann wird Kampschutz oder Jumpshot Bisschen von beidem irgendwie, ein Jumpshot zum... Ach, vergesst es. Was geht heute mit uns? Oder ein Jumpshot während man... Nein. Fuck, Alter, meine Vor-Schn... Boah, boah, ich stelle mir das gar nicht vor. Nachladen! Boah. 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 Ach ja, das Ender-Portal ist genau auf 0,0, ne? Glaube ich. Ich bin da schon mal ein paar Mal dran vorbeigeflogen und ein paar Mal hab ich auch am Rand so gelandet und dann gestorben so. Das war irgendwie lustig so. So, ich bin das Wasser-Fahrstuhl. Ich bin das Fahrstuhlkind. Ich sehe da einen Lava-Lava-Vulkan. Da hast du einen Lava-Nee, nicht Vulkan, du weißt nur, was ich meine. Hast du den gemacht? Ne, aber ich glaube, ich hab' den auch schon gesehen, warte. Ach, der Himmel. Ja, den fetten da, wo bist du denn? Also ich bin, ich bin, also links neben mir, den Block, rechts neben mir ist auch einer, weißt du, wo ich bin? Ja, aber ich bin auch an so einer ähnlichen Stelle. Ich glaube, wir sind ganz nah aneinander. Ach ja, und zwischen den beiden Blöcken sind, äh... Boah, Junge, ich hab' voll Schock gekriegt, aber sie kann ja gar nicht zu mir kommen, du Piss-Binne, was los? Was, Mann? Was, Mann? Was, Mann? Guck mir nicht so an, du Hurensohn. Rast, äh... Äh... Ja, du willst mich killen, was, ne? Oh, du kannst nicht zu mir. Ich hab' mir Mittelfinger hier so... Äh, äh, äh... Höh... 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 Ah, die ist runtergefallen, haha, schön tot noch. Ich fahre runter, ich fahre runter, ich fahre runter. Bitte. Nein, ich bin Wasserfahrstuhl. Wasserfahrstuhl? 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 Ich bin Wasserfahrstuhl. Wollst du da hingehen? Ja. Nö. Ich bleib' mal in meinen Spinnfreunden, die mich nicht killen können. Wollen wir hin, ne? Ich hab' aber schon ne Plattform, ne? Ich komme. Wenn ich jetzt runterfalle, dann ist es deine Schuld. Okay. Ich bin runtergefallen. Hast du überhaupt schon gute Sachen? Ja, ich hab' eine Steinspezacke, sieben Melonen, eine Blume, ein Setzding, eine Eisenharnisch. Was ist das denn? Ach, letztlich, ein Holzblock. Acht Lehm und ein Röbel. Oh, ne Kiste. Wie ist es? Und ein Kürbis. Und ein Kürbis. Und ein Kürbis. Und da hinten ist ne Kiste und die kann ich mir jetzt und da ist ein Spawner. Da ist ein Spawner drin. Genau, in der Kiste. Ey, das ist glaube ich nicht. Da ist so ein grünes schleimiges Ding drin. Was ist das? Hm? Stimeball? Ja, kann sein. Ein erschaffe Ocelot. Geil, Mann. Er schafft Kuh, er schafft Besetzling und 57 Bretter. Ketta. Kriegste Brett. Warte, hast er schon 57 Holz? Ja, hab ich grad auf der Kiste gefischt. Fischt. Woll? Wo ist jetzt der Spawner? Ach ne, der ist über mir. Hallo Spawner. Ich hau ab. Tschüss. So. Ich geh auch mal, ich geh hier auf Kistenjagd so. Ey, wo ist die Plattform? Ich will dann schon mal ablegen. Kannst du ne Kiste ziehen? Dann können wir... Ich mein also eigentlich, ich finde, dass wir für den Anfang auch teleporten dürfen. Also nur jetzt halt. Nein. Bis wir ein Bett haben. Nein, 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 nein. Wir machen das ganz real für die Schwarz. Ich hab ne Kiste gespielt, was los? Okay, also... Will ich mich jetzt anzeigen? Drück mal F3. Koordinaten und so. X-31, Y-170, Z-19. Also, du musst zu X2, also plus 2 und Z-15. Das ist wo lang denn? Ach, das noch, warte, das ist noch ne Kiste. Fuck, ich bin nicht runtergefallen. Von... Welcher Höhe bist du? 100, was? Was ist denn Höhe? Das in der Mitte. Eine Gold, äh, der Masche. Erschaffe Kuh, erschaffe Skelett, erschaffe Ocelots. Pilze besetzt nix. So, was los? Das in der Mitte ist... 170. Gut, dann... Müsst du irgendwie über mir sein. 17 Felder. Guck mal nach unten... Wo bist du jetzt nochmal? Minus 43... 170... Minus 20. Minus 25? Minus 27. Ich bin minus 26. Das... Das müsste hier irgendwo auf der Reihe sein. Nur halt weiter oben. Guck mal nach unten irgendwo. Ich seh dich! Guck mal nach links! Links unten! Links unten, hier hinten! Hier ganz hinten! Hier ganz hinten! Wo ein Wasserfall! Hallo! Das kannst du direkt zu mir kommen. Ach, da bist du, du kleiner Pisser. Ja, komm her! Ja, komm her! Ich guck dir zu! Jumper Run! Soll ich die Kiste hier auch noch stehlen? Ja, nimm mit! Ich guck dir zu, ne? Jumper Run! Ja, wenn ich... Jetzt fählig eh! Guck mal weg, bitte! Boah, scheiße! Lavafall direkt neben dir jetzt! Boah! Wieso jetzt? Ist der grad erschaffen worden? Ja, der ist grad jetzt runtergefallen. So. Ist ja scheiße! Ey, ist doch gut! Dann kommt da bestimmt noch einer hin! Direkt vor dir! So, bis du umzingelt! Ja? Um dich rum ist klar! Ja, spring! Nice! Ja! 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 Kommt da an! Ja! Mhm! Kannst ruhig ins Wasser reinjumpen! Komm schon, komm schon! Komm noch! Jeeee! Okay, mach Kisten hin! Weil du jeden? Ja, wo! Irgendwo? Also hier kommen die Betten hin! Hier wo ich bin! Guck, ma ich hab 3 Ei.. Jo, ich hab 3 Ei! Man, du machst mich fertig! Scheiße! Uier hat schon nen Pilz so wohl gemacht! Jo! Das ging aufataekippen! Oh! Ach so! Wir brauchen jetzt Wolle für Betten. Also eins hab ich schon mal. Oh fuck. Ich bin runtergefallen. Nicht. So, hast du dir denn über irgendwelche Themen hier Gedanken gemacht, über die wir jetzt...